Ja, eine Überraschung. Ich gucke auf den Seiten der Nordsee-Zeitung. Heute 26.11. um was für nicht der spannende Alternativvorschlag, so könnte Karlsstaug auch umgebaut werden. Eine Initiative rund um den Architekten Hans-Joachim Ewert und Journalist Volker Heigenrose. Ja, was soll ich dazu sagen? Der Entwurf spricht mir aus dem Herzen. Ich weiß nicht, wie viele Videos und Shorts auf Youtube ich gemacht habe, also indem ich diese Pläne von Gerber jetzt kritisiert habe. Das, was hier geplant ist, das kommt der Grundidee des Forum Groningen bedeutend näher als die Pläne von Gerber. Man sieht hier schon, das wird einmal aufgestockt, das alte Gebäude, diesen neueren Anbau hinten, wo jetzt diese Bäume sind, da diskutiert ja niemand drüber, dass der abgerissen wird. Also hier gibt es schön einen Aufgang, das erinnert mich so ein bisschen an Oper in Oslo. Ich hatte mal einen kurzen Film gemacht, wie toll diese Rampe, die da ist, angenommen wird, dass man auf diese Oper kam. Das ist eine ganz tolle Idee. Ja, er sagt, es wäre mehr als eine ästhetische und historische Frage. Klar, das hat viel mit dem Gefühl zu tun, der Bremerhaven, mit dem Erhalt der Seele, der Stadt so ein bisschen. Natürlich nutzt man die alte Bausubstanz. Und man sieht auch hier schön, dass sich dieser Entwurf viel, viel besser in diesen Platzcharakter zur großen Kirche anpasst, als die Gerber-Entwürfe. Und auch diese blöde, ausgerissene Ecke, die man will, mit dieser Sichtachse. Was hat man ewig mit dieser blöden Sichtachse, alter Hafen zur großen Kirche? Ich habe mal ein Video gemacht, da sah man schön, diese Sichtachse, die kann man so nicht hinbekommen. Alles, was da jetzt auch bei den Gerber-Entwürfen neu gebaut würde, würde diese Sichtachse letztendlich wieder zubauen. Das ist so viel besser. Und was ich viel wichtiger finde, Plätze sind die Augen der Stadt. Das heißt, dieser Platz vor der großen Kirche, der ist mir viel wichtiger als hier so eine vermeintliche Sichtachse. Auch für die Jugendherberge hat man eine Lösung gefunden und eben auch für die Bibliothek. Klasse. Ja, hoch zu planieren wäre sicherlich ein atemberaubendes Erlebnis. Das ist noch mal Karstadt-Alt. Das ist doch ein toller Bau. Das ist eine Ikone. Technisch problemlos möglich. Er hatte mal einen Vortrag gemacht, schon ein bisschen länger her. Und ich glaube, im Publikum saß der Tatikern, der sagt, es wäre kein Problem, auf das alte, also das 50er Jahre Gebäude aufzubauen. Außerdem klar, das ist natürlich viel preiswerter als die jetzigen Pläne. Tja, und die überhaupt nicht letztendlich zum Bremerhaven passen. Wir reden also von dem ganzen Bereich. Das, dieses Gebäude, das angepflanschte Gebäude. Da redet jetzt keiner drüber. Ja, nochmal die Idee einer schrägen Sichtachse von den Hafenweg in die Innenstadt, wie sie zuletzt populär wurde, passt überhaupt nicht dazu. Ja, man redet, man kann es, wenn man sich da hinstellt, also am besten nimm mal diese Position, da ist doch diese Schiffsschraube. Und wenn man da rüber guckt, das wäre ja diese Sichtachse. Ist völlig Banane, da sowas zu machen. Ja, schneller Zugang. Die Planung von EWAT bietet einen direkten Anschluss an die Gläserne Brücke per breiter Freilufttreppe. Die Gläserne Brücke ist der Renner. Ich bin ja öfters dort. Ich wohne ja im Neuen Hafen. Also wenn ich zur Stadt gehe, gehe ich eben über diese Gläserne Brücke. Und interessant ist, wie Touristen das sehen. Und die sind ganz begeistert von dieser Brücke. Was soll ich denn da noch einen zweiten Übergang schaffen? Also ich habe da meine Probleme damit. Die Jugend der Berge lässt sich laut EWAT im nördlichen Kolumbus-Center-Teil unterbringen. Das Foyer und das Restaurant könnten links am Übergang von der Glasbrücke liegen. Da würde es ja auch hinpassen. Tja, was soll man dazu sagen? Ich will hoffen, dass es nicht zu spät gibt. Und die Entscheider in der Stadt gehen über Weihnachten nochmal in sich und rechnen das auch mal durch. Diese Alternative ist nämlich machbar. Die ist auch finanzierbar und die passt zu Bremerhaven. Man muss einfach den Maßstab einhalten. Okay, also das fand ich jetzt eine richtig tolle Sache.